Kann hier in diesem Bereich behilflich sein? Ich meine, das ist keine europäische Gesetzgebung, aber wir können vielleicht durch die Predigtion... Es gibt Bund hier, aber wir wollen zusammen zum Europäer zur europäischen Organisation erklärt werden. Hört ihr doch mit diesem radikalen Geschwätz. Das ist dumm, dreistes, radikales Geschwätz. Wurde in 1945, wenn Sie deutsch werden... Ich weiß es, das ist dumm, dreistes, radikales Geschwätz. Nein, 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 nein. Sie lassen mich nicht beleidigen. Aber wir uns auch nicht, mein lieber Herr. Aber wir uns auch nicht. Wir lassen uns auch nicht beleidigen. Wir lassen uns auch nicht die Kinder klauen. Ja? So was. Das ist kein Quatsch. Nein, 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 nein. Es ist kein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Ja? Ja, der flüchtet. Das ist das politische Problem in Deutschland.